Abgeklärtheit, die Eigenschaft gelassen, Kurierdienst und besonnen zu sein. March, wir spielen ein Spiel. Sie haben sich im Haus vertan. Das heißt, halt die Klappe, außer du bist ich. Ich liebe dieses Spiel. Du bist Privatdetektiv? Da sind 20 Dollar drin, ja, die gehören Ihnen. Nein, nein, deswegen bin ich nicht hier. Ich habe eine Nachricht. Gib mir deinen linken Arm. Nein! Doch, komm schon. Nein! Wenn du zum Arzt gehst, sag ihm, du hast eine Spiralfraktur. Nein! Tieflufthold. Ich stehe nicht im Telefonbuch. Wenn Sie Probleme mit jemandem haben, können Sie nach mir fragen. Jackson Healy. Ich arbeite für das Justizministerium. Meine Tochter Amelia ist in Gefahr. Bitte finden Sie sie, beschützen Sie sie. Marge, Jack Healy, nicht aufregen. Ich will dir nicht wehtun. Ich will dich nur was fragen. Nein. Wie blöd halten Sie mich? Ich bin berechtigt, eine Waffe zu tragen, Arschloch. Und seit Ihrem letzten Besuch bleibt dieses kleine Baby genau hier. Keine Bewegung. Ein paar Leute, denen ich vertraue, sagen, du kannst das ganz gut. Ich will, dass du Amelia findest. Ich hätte gedacht, ihr Job wäre erledigt, als sie mir den Arm gebrochen haben. Sie sind der, der meinen Dad verhauen hat. Geohrfeilt hat. Ein großer Unterschied. Hast du sie hier gesehen? Sie hat dunkles Haar. Ihr Name ist Amelia. Was hätte ich davon? Hört damit auf. Womit? Au! Fuck! Damit. Dad, hier gibt's Huren und so'n Scheiß. Schatz, wie oft hab ich dir gesagt, du sollst nicht uns so'n Scheiß sagen. Sag einfach, Dad, hier gibt's Huren. Die Mafia versucht, ihre Geschäfte nach Los Angeles auszuweiten. Irgendwie ist Amelia darin verwickelt. Eins ist klar. Irgendwas lag hier schief. Das wird ja immer noch besser und besser. Du bist der schlechteste Detektiv der Welt. Der allerschlechteste. Waff! Waffe! Waffe! Schwer! Shit! Amelia, lauf! Ich liebe noch! Ich will sagen, sie sind so schnell gestorben, dass sie nie richtig verletzt wurden. Waffe! Ich will sagen, sie sind so schnell gestorben. Ich will sagen, sie sind so schnell gestorben. Vielen Dank.